Hallo zusammen und besonders hallo an die Freunde von Noskoth und ganz im Besonderen an die Freunde von Noskoth, die mich hier auf meinem Kanal mit dem Spiel begleitet haben. Das wird nur ein ganz ganz kurzes Video werden, mehr so ein Infovideo. Die Leute, die ich gerade angesprochen habe im Speziellen, die werden es wahrscheinlich schon wissen. Am 31.05. wird Noskoth vom Netz gehen. Also ich habe die Nachricht mit auf jeden Fall einem weinenden Auge, mit anderthalb weinenden Augen zur Kenntnis genommen. Ich stecke da jetzt nicht super tief drin. Ich weiß halt nur, die Arbeit an dem Spiel ist beendet und die letzten 12er werden am 31.05. vom Netz gehen. Das heißt, das Spiel ist ab Juni nicht mehr spielbar. Also Geschichte. Das tut mir sehr leid. Also ich habe hier viele Videos von gemacht. Wir sind jetzt in den 90, sind wir jetzt drin. Und das ist schon nicht schlecht, besonders für mich. Und das hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe mal gute Matches gehabt, ich habe schlechte Matches gehabt. Und ich würde auch gerne ein bisschen was an meinem Kanal verändern. Und ich nehme das jetzt einfach mal als Anlass, auch wenn es ein Trauriger ist. Und zwar habe ich mir gedacht, das wird wahrscheinlich nicht am 31. klappen. Der 31.05. ist ein Dienstag. Und Dienstag sieht es bei mir immer besonders schlecht aus, aber eventuell vielleicht am Montag oder am Sonntag davor, also am 29. oder am 30.05. Und zwar war meine Überlegung, dass ich so eine Art Nosgoth-Goodbye-Stream mache. Ich bin seit kurzem auf Twitch gemeldet und ich würde gerne mal ausprobieren. Also ich hatte noch keinen wirklichen Stream hier gemacht und habe auch noch keine Twitch-Videos hier hochgeladen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in Zukunft machen werde. Mir fehlt auch noch einiges an Equipment. Zum Beispiel habe ich zwar natürlich hier im zweiten Bildschirm stehen, aber der passt nicht wirklich rein. Ergo werde ich wahrscheinlich gar nicht auf die Interaktion im Chat, wenn es denn welche gibt, werde ich nicht eingehen können. Zumindest nicht bei diesem Mal. Aber ich habe mir einfach gedacht, um das ganze Spiel auslaufen zu lassen, um ihm so ein bisschen einen würdigen Abgang zu bereiten, wäre eigentlich ein Stream gar nicht so schlecht. Problem dabei ist, dass ich hier schon bei den Aufnahmen extreme Probleme habe, überhaupt ein Matchup zu finden. Das heißt, die Leute, die wissen, das Spiel geht vom Netz, viele spielen es einfach auch gar nicht mehr. Naja, das ist schade. Aber ich weiß, dass ich mit einigen Videos sehr, sehr viele Leute erreicht habe für meine Verhältnisse. Und ich weiß, dass NoScores immer noch ein Spiel ist, was von euch, meinen Abonnenten, doch einige schauen. Und viele von euch, die meisten, werden es selber spielen. Und deshalb vielleicht mal die Bitte an euch, schreibt mir doch einfach mal unter das Video. Ihr könnt mir auch eine PM schreiben, hier über YouTube, das funktioniert ja auch. Wer hätte generell Bock, mit dabei zu sein in einem Stream? Eventuell, wir müssen mal schauen, wie viel es werden, würde ich sogar meinen TS-Server, also würde ich die Daten der Leute dann zuschicken. Und dann könnte man ein bisschen quatschen. Wir hätten auch nicht mehr das Problem, dass wir groß nach Gruppen suchen, wenn wir zum Beispiel, wenn ich jetzt noch sieben Leute zusammenkriegen würde, wären wir ja acht. NoScores ist vier gegen vier. Was will man mehr? Ja, dann könnten wir einen Abend zusammen zocken. Das können zwei, drei Runden sein. Das können wir auch durchaus noch länger hinausziehen, wie es uns gefällt. Also es war nur eine Überlegung und das schmeiße ich jetzt mal hier in den Raum, der nicht da ist. Also ich schmeiße es jetzt mal hier in den YouTube-Raum auf meinen Kanal. Ich hoffe, es schauen sich einige Leute das Video an, vielleicht auch Leute, die bis jetzt nicht meinen Kanal abonniert haben. Aber wer Bock drauf hat, gebt mir einfach mal so ein Feedback oder natürlich, ihr habt eine bessere Idee. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie könnte man sich so ein Ende vorstellen, was hat das Spiel für ein Ende verdient. Sollte man ihm einfach den Gnadenschuss geben und vergessen oder sollte man vielleicht wirklich so eine Art Stream aufziehen. Eure Meinung wäre mir da echt wichtig, weil wenn ihr sagt, ihr habt da keinen Bock mehr drauf, lasst einfach mal was anderes machen. Dann spare ich mir die Mühe, ich würde es aber sowieso gerne mal ausprobieren mit Twitch und von daher bietet sich das an. Also, lasst mir euer Feedback da. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr Leute kennt, die Nosgoth spielen, sagt denen Bescheid, wäre cool. Je mehr, desto besser. Ich hoffe, das kriegen wir zusammen hin. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Wer noch Nosgoth sehen will, kann auch gerne ein Abo dalassen. Je mehr Daumen nach oben gibt, desto mehr Verbreitung findet das Video, desto lustiger wird es vielleicht. Ich bin gespannt, was dann am Ende Mai passiert. Irgendwas werden wir doch wohl auf die Beine gestellt kriegen, würde mich sehr freuen. Und ja, die letzten Nosgoth-Videos werdet ihr hier auch noch sehen. Also, einige kommen bestimmt noch. Ich versuche ein bisschen was im Voraus aufzunehmen. Und ja, man hört sich, vielleicht sieht man sich auch Ende Mai. Ich danke, dass ihr dabei wart und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.